Geh mir her! Geh mir her! Zwieter was so! Zwieter was so! Zwieter was so! G'schissen auf die Superpause! Habe die Ehre! Voll wie es geworden! Wie geht's euch? Ich bin's, der Birger. Und irgendwie hab ich's befürchtet. Und genau so haben sich das dann auch herausgestellt, der Urlaub ist... einfach zu lang. Mir ist schlecht zu langweilig. Irgendwie hab ich's ja gewusst, drei Wochen einfach nix tun, aber funktioniert nicht. Das Birger, wie ich das mal vor, weiß ich nicht, vor zwei Wochen wahrscheinlich, wie ich gesagt hab, das Birger ist angefangen zu lesen und irgendwie schleicht sich im Urlaub halt so dieses... Kennst du das? Kennst du das vor dem Urlaub? So, Leute, machen wir lauter geilen Scheiß! Und dann fahren wir da hin und dann fahren wir da hin und dann fahren wir da hin und nix da hin und dann geht's voll ab hier im Urlaub und alles, was im Urlaub passiert ist dir. Und dann stehst du um zwei Namen irgendwann auf und gehst um 16 Uhr ins Bett, wenn's hell wird. Ist halt irgendwie so. Ich hab natürlich auch festgestellt, aber es war schon wieder völlig verrückt, dass ich tue noch nicht mal irgendwie aktiv irgendwas. Und mir kratzt man die 10.000! Meine Herren, mir kratzt man die 10.000 Abos! Ihr seid lauter geschubst, aber dem widmet man uns mir heute nicht ganz so, wie wir das in der Regel normalerweise tun. Sondern erst, wenn's dann 10.000 sind. Aber sag's gar! Schhhh! Und natürlich hab ich in den drei Wochen ein bissel nachgedenkt, was kann man an ein bisschen machen? Und selbstverständlich bleiben die Howtos da, wo's sind und kommen auch weiterhin. Aber irgendwie brauchen wir auch was anderes. Wir brauchen noch was dazu. Ich mag mehr machen. Ihr seid... Keine Ahnung. Wir haben noch nicht so viele Leute zugehört, wie das jetzt der Fall ist. Hab ich gedacht, wir müssen noch irgendein andern Blödsinn machen. Was für Blödsinn das ist? So ein bissel, so ein bissel drüber nachdenkt. Hab ich ein paar Sachen, die verrat ich noch nicht, aber eine Sache hab ich. Und zwar, wir führen folgendes ein. Nämlich, einen verdammten Vollbier-Squatch-Stammtisch-Mittwoch. Ich bin nämlich da gesessen und hab mir gedacht, irgendwie, und da hab ich halt auch mit meinen Kumpels darüber geredet, das ist ja eh ganz klar, das ist ja eh ganz klar, weil die auch da sitzen und fragen mich, was tust du eigentlich in dem Livestream? Was tust du da? Die haben ja auch zugeschaut, manche Männer, die es vielleicht so halbscheinig mitgekriegt haben. Oder nicht? Oder waren noch gar nicht in einem Livestream? Schande über euch. Natürlich nicht. Dann sitzen wir so da, was tust du da eigentlich? Und ich sitz halt da so und denk mir so, nix. Ich sitz einfach nur da und rede mit euch. Ich find das natürlich lustig, aber auszustehen, der kann das nicht ganz verstehen. ständig dieselben Fragen beantworten. Wo kippst du her? Was ist dein Lieblingsbier? Machen wir How to XYZ. Was haben wir noch? Und kippst du mal in das und das Volksfest. Das ist auch noch ganz, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaub, dass ich in dem Jahr in so viel Volksfest, dass ich eine Vollrösche heimgezogen hätte, wenn ich da irgendwo, dass du sagst, läpp mich am Arsch, der hat um sonst so viel gesuffert, wie ich in meinen ganzen Ländern hätte. Für diese ganzen Einladungen erst einmal ein riesengroßes Dankeschön. Aber ich mag vielleicht vor der Kamera eine Rampensau sein, aber draußen nicht vor der Kamera. Da muss ein wenig vorsichtig sein. Weil du weißt ja nie was von, wenn ich aus dem Arschlust tust. Gut. Was ist der Vollbier-Squad Standisch Mittwoch? Und zwar versuch ich da ein bissel mit euch irgendeinen Scheiß zu machen, keine Ahnung. Und beim nächsten Mal, da fangen wir gleich nächsten, nächsten Mietwoch an. Nächsten Mietwoch ist im Prinzip morgen, aber das ist wurscht. Bis morgen scharf ich es nicht, hab ich immer nur Urlaub. Haha. Das wird ein Format neben die How tos, die weiterhin noch kommen. Da braucht ihr euch jetzt nicht ins Hosell trinzen, fixmare oder steuern, 17 Mal in die Fudei geschissen. Aber der Standisch Mittwoch, der kommt dazu. Das ist sowas, das möchte ich mit euch machen. Wenn ihr da Bock drauf habt, das sehen wir dann schon. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann ist mir auch wurscht. Und mit dem ersten fangen wir also an. Diese ständige Fragerei muss aufhören. Ihr könnt mich selbstverständlich weiterhin Fragen fragen, aber nicht 400 Mal ich selber. Und das versuche ich dann mit, aus der Welt zu schauen. Wenn euch die Scheiße interessiert, dann stellt's jetzt da Fragen und in diese Kommentarscheiße da unten rein, die ausnahmsweise mal nicht beantworten wird. Alles, was ihr wissen möchtet. Keine Ahnung, wo kommst du her? Ich werd's dann noch einmal erklären. Im Livestream dann nie wieder. Sondern nur noch auf dieses Video hinweisen, das ihr dann könnt. Zum Beispiel. Und im nächsten Standisch Mittwoch, da denkt man so wieder was Neues hat. Da bin ich auch sehr gern offen für Vorschläge von euch, was wir da... Warte mal, was euch interessiert, was sägen möchtet, das ist doch mir wurscht. Ich wollt grad sagen, ich mach alles. Nein, mach ich nicht. Ich mach nur das, auf was ich Bock hab. Und das wird auch für immer so bleiben. Und wenn ich auch mittendrin auf was komplett anderes Bock hab und das aber keiner sägen macht, tja, dann ist das nun mal so. Dann, was wir auch gleich machen. Ich hab's hingekriegt. Vielleicht hat das doch nicht auf Facebook einmal gelesen. Ich hab's hingekriegt, dass ich mit meiner Frau, die nix mit Zocken am Hut hat, endlich einmal einen runden Zock. Und dann haben wir Horror-Spiel ausgetackt, welches sag ich jetzt nicht, ist wurscht. Und dann hab ich mir gedacht, weißt du was, Freitag auf die Nacht, wir hauen mir da natürlich einen Stream ein, eine Freitag-Session, aber keine Freitag-Nahmittag-Session, sondern eine Freitag-Prom-Time-Session. Und zwar zum 8. Vielleicht krieg ich meine Freunde dazu, dass sie mitspielt, spielen wir irgendeinen Horror-Scheiß, schauen wir mal, ansonsten spielen wir mal rein, ist eh wurscht. Vorher hauen wir wegen einem Blödschmerz rein, wie man es halt auch immer machen, die die schon mal... Ja. Und dann kommt man da raus. Nichts passiert. Nichts passiert. Die eh schon mal da waren, die wissen, was es heißt. Ein bisschen Blödschmerz, ein bisschen Fragerei, ein bisschen was zu... Weißt das eh. Danach schauen wir mal, wer wir irgendein Horror-Spiel auspacken. Da bin ich übrigens auch für Vorschläge offen, ich hab zwei Spiele vorbereitet, das ist einmal Observer, das ist relativ neu, ob das super grudrig ist, weiß ich nicht, ich hab's noch nicht gespielt, und Layers of Fear. Layers of Fear ist schon ein bisschen älter, da bin ich auch bloß draufgekommen, weil ich halt Observer gesehen habe. Und das ist offensichtlich von dasselben machen, da kann sich ja ganz viel über schlimm sein, was weiß ich. Pfff. Das werden wir dann schon sehen. So. Ich hoffe, ich war nicht zu lang weg, keine Ahnung, und hab euch schnell eine Zwischenunterhaltung her scheißen können. Wenn nicht, dann helft's euch nicht. Im kurzen, knappen Ganzen war's das eigentlich auch schon wieder. Ich freu mich auf Freitag, ich freu mich auf nächste Woche, ich freu mich auf eine Frage, nicht vergessen. Und so weiter. Und dann machen wir wieder ein Video daraus. Dann bin ich gespannt, hab ich auch unter dem wieder denselben Scheiß gefragt, den ich schon gefügte vier Quintilliarden Mal beantwortet hab. Wenn nicht, soll's mir recht sein. Wenn schon, soll's mir auch recht sein. Dann hab ich endlich ab nächstem Mittwoch, anstandisch Mittwoch, nicht vergessen, ein Video, auf das ich hinweisen kann, und muss nicht 180 Milliarden Mal dasselbe sagen. Hm. Und ja, natürlich, nicht vergessen, Freitag, 8. Ich kündig das auch an, ihr seht es dann im Kanal drin. Ihr könnt euch eine Erinnerung einrichten, bäm bäm bäm. Machen wir mal Primetime, Freitag-Session live. Und, äh, ist doch eh wurscht. Was reden ich eigentlich die ganze Zeit? Was reden ich eigentlich die ganze Zeit? Ich sag 480 Mal dasselbe. Ist eh wurscht, ich schleich mich jetzt halt. Wir sehen uns, äh, spätestens am Freitag. Ich freu mich, haut's euch rein, habt's eine gute Zeit, habe die Ösen.